Margit lag auf dem Rücken und hatte ihr Gesicht zu ihr gedreht. Auch Iris lag auf dem Rücken. Sie lagen nebeneinander und starrten sich in die Augen. Aber Margits Gesicht war nicht festzuhalten in diesem Bild. Es zuckte vor und zurück und Iris spürte, dass dasselbe auch mit ihr geschah. Ihre Gesichter wurden gestoßen, vor und zurück. Und in die Wahrnehmung dieser Stöße mischte sich die Wahrnehmung von Geräuschen, die nichts Menschliches hatten. Es war, als würden sie sich an ihrem Blick festhalten, sich mit den Augen aneinanderklammern, um nicht in einen Abgrund zu fallen. In einen Abgrund, in dem die Tiere schon grunzten. Später, als sie auf den Luftmatratzen nebeneinander lagen, hörte sie Margit weinen. Sie suchte ihre Hand und hielt sie fest, bis die Sonne sich über Forstheim erhob, ihre Strahlen durch den gelben Zellstoff bohrte und das erste Kind erwachte. Weder am nächsten noch an den darauffolgenden Tagen sprachen sie miteinander darüber, was geschehen war. Auch nicht in den kommenden Wochen und Monaten. Sie sprachen nicht ein einziges Mal darüber, nicht als Mädchen, nicht als Frauen, nicht als sie alt wurden. Aber Margits Blick und Margits Hand behielt Iris Janschek jahrelang bei sich, wie ein Bergsteiger Seil und Haken bei sich hat. Wenn es steil und gefährlich wurde, brauchte man diese Ausrüstung. Sie fragte sich oft, ob Margit ähnlich empfunden hatte. Woher Margit ihre Stärke bezog, ihr Durchhaltevermögen. Sie fragte sich, was Margit ihren Eltern erzählt hatte, als klar wurde, dass sie schwanger war. In Forstheim war das schwangere Mädchen ohne Vater ein Skandal. Sie fragte sich, was sie Lukas erzählt hatte. Als Lukas Jahre später heiratete, war Margit Teichert ganz hinten in der Kirche gesessen. Und als Lukas Jahrzehnte später beerdigt wurde auch. Die Apothekenhelferin Margit Teichert hatte man bei keiner anderen Gelegenheit in der Kirche gesehen. Auch Iris Janschek musste ein paar Wochen nach dem Fest zum Frauenarzt, weil ihre Periode ausgeblieben war. Die Untersuchung ergab nichts. Aber Iris Janschek war ruhig, beinahe heiter in der Praxis erschienen. Denn sie hatte einen Beschluss gefasst. Sollte der Arzt feststellen, dass sie schwanger war, würde sie sich das Leben nehmen. Heute Tag 7 der Ermittlungen Mittwoch, 16. September Wie lange hatte sie geschlafen? Gefühlt zehn Minuten, höchstens. Tatsächlich zwei Stunden, höchstens.